Auch wenn das Wetter fantastisch werden soll, die Eislauf-Performance der kanadischen Künstler von Le Patin Libre, zu Deutsch der freie Schlittschuh, möchten wir Ihnen unbedingt ans Herz legen. Am Sonntag ab 15 Uhr präsentieren im Erika-Hess-Eisstadion hochkarätige Athleten zeitgenössisches Eislaufen auf eine völlig neue Art. Nach der einstündigen Show können Schlittschuhe ausgeliehen werden und die Zuschauer lernen bei den Künstlern das Gleiten auf dem Eis. Unter der Telefonnummer 030 97 993 25 302 können Sie nun Freikarten gewinnen.